Ja, also wir haben dieses Projekt dieses Mal ausgewählt, weil wir im letzten Jahr das Gehege nebendran hatten, nämlich die Meerschweinchen. Und wir finden, auch Meerschweinchen brauchen Nachbarn, genauso wie alle anderen Menschen auch. Und wir sind gespannt, wie diese Nachbarschaften funktionieren zwischen klein und groß. Nein, ehrlich, wir haben uns das ausgesucht, weil es einfach seltene Tiere sind, weil man sie ganz wenig sieht und weil wir finden, dass man sich darum kümmern muss, dass Dinge nicht verschwinden, Tiere nicht verschwinden und wahrgenommen werden für das, was sie wert sind. Und das war ein tolles Projekt. Und ja, das nächste Projekt, das wir machen werden, ist was ganz Normales, nämlich einfach eine Bank sponsern, wo man sich mal ausruhen kann. Also wir sind nicht nur für die Tiere unterwegs, sondern wir sind auch für die Leute unterwegs, die hier im Vivarium laufen. Und so fanden wir, war das eine gute Kombination für unser Sponsoring in diesem Jahr. Ihr könnt ihr nicht genau, wieh! Es ist eine gute Idee, ich sage es die Sache förmacht constit circusiert. Man reut generators sind nicht nur für die exploitation,egościste�� die dazu in einem Namen öffnen, sondern auch. Mehr Paarles beeiniusert, dass wir wie wenn man sich auf dem Namen lock molt bendest, dass wir dann auch schon hören muss. Ja im Moment… Der Kamang Lesoth Fan Ja leukt euch wollen, meineados eats две alpha-arten. Und dann利ابțiки, wir werden obtain das eine gute Neutrame,